Die Spielerin muss es korrigieren. Sie muss ein eigenes Körpergefühl entwickeln. Sauber getimt an- und mitnehmen, sauber differenzieren, dass ich mir ein Ideal vorlege und so schnell wie möglich wieder durchspiele. Ich trainiere mehrere Fußball-Profis im Individualtraining und habe das große Vergnügen, beim FC Bayern die Frauen zu trainieren. Wann kann man dieses Training denn wirklich anwenden? Können das auch Erwachsene, können das Frauen, können das natürlich für alle. Je eher, desto besser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017